Hallo und herzlich willkommen zu LS mit Chris und mit den Wax. Nach langer Zeit mal wieder. Hallo. Ja, drei Wochen. Jetzt weiß er nicht mehr wie das alles funktioniert, aber das ist egal. Komm einfach hinterher. Ich zeig dir alles. Das rechts ist ein Baum. Ich wollte jetzt noch ein bisschen Holz machen, weil ihr habt euch jetzt auch Feldarbeit langsam mal gewünscht. Es soll ja auch demnächst kommen, wenn wir diese Trigger hinkriegen. Ich weiß immer noch nicht, wie wir diese Trigger hinkriegen sollen. Ich hoffe nicht anzuhupen. Dass wir diese Zusatzgebäude kaufen können. Also wenn ihr da eine Möglichkeit habt oder wenn ihr wisst, wie es geht, mal in die Kommentare bitte. Weil ihr habt uns ja schon ein paar gute Tipps gegeben. Wolltest du eigentlich sagen, wenn ihr Interesse habt? Ja. Wollte ich erst, aber ich habe es dann gelassen. Ne, aber das wäre cool, wenn ihr uns das mal noch in die Kommentare schreiben könntet, wie diese Trigger funktionieren. Weil ich habe auch auf der Webseite nichts gesehen. Angeblich soll es wohl funktionieren, aber irgendwie geht es nicht. Ne. Oh ja, hallo. Ja, hallo. So, wo sind denn die normale Bäume? Haben wir hier schon alles weggefällt, alter Schwede. Ja, da vorne. Ich habe schon ganz schön was weggemacht hier. Das war mal alles Wald. Easy. War mal. Ja, früher. Damals. Damals, 1932. Damals vor drei Wochen. Als die Gummistiefel noch aus Holz waren. Kommst du mit runter oder bleibst du oben? Aha. Nein, ich bleibst dir den Weg. Und klack da oben. Okay. Dann dreh dich auch wieder so, dass ich dann auch einwerfen kann. Und dann kannst du eigentlich irgendwas anderes machen in der Zeit, wo ich jetzt hier umwerkeln möchte. Oder bleibst du hier? Ich bleib, ja. Ja, komm. Ja, fahr weiter vor, weiter vor, weiter vor, weiter vor. Gott. Männchen, schon richtig. Wollen wir ab? Wollen wir ein bisschen hoch? Ne, ne, passt schon. Wie, du hebst schon wieder ab, Adi, was machst du denn schon wieder? Nichts. Spritzbahn. Oh, oh. Meinerseits der Spiegel. Das Spiel ist kaputt. Rechts. Warum ist der kaputt? Weil ich nicht. Einfach so? Ja. Vielleicht ist es von diesem Schadensmod. Keine Ahnung. Wirklich. Achso, hier sind wir ja erstes drücken. Ich bin schon wieder bei Arme. Das ist immer krass, wenn man zwischendurch mal andere Spiele spielt. Oh. Und man sich die Steuerung dann immer gleich wieder angewöhnt. Ja. Ja. Da tut man manchmal auf irgendwelche Knöpfe, die sind scheiße. Hallo, Waddy. Musst du nur halt erklären. Hallo, ein. Ja, warte, Tretiobi schieb den mal zwei wieder rein. Ja. Ne, ich mit. So. Äh. Oh. Passt du so? Ich glaub ja auch. Wenn nicht, liegt der da halt im Dreck. Oh. Ah, gut abgeschnitten. Ich seh nichts. Musst du raus. Dann mach die Augen auf. Woher hörst du? Ganz schön full, das Ding. Waddy, bin ich ready. Achso, warte, ich hol mal noch schnell einen Baum. Das geht nicht, das geht eigentlich nicht. Na doch. Nein, das geht nicht. Doch. So. Aber dich aber. Ein Baum hier. Also einen hau ich noch drauf und dann kannst du... Schau einen neuen Tannebaum. Für Weihnachten. Beim Sägeweck? Beim Sägeweck ab dem? Ne, halt. Oh, ne beim Zug ganz normal. Okay. Geblinkel. Geblinkel geht auf den Sack. Wer? Das Geblinkel geht auf den Sack. Welches Geblinkel? Ich mach halt mal einen Dinger aus. also habt ihr jetzt auch feldarbeit gewünscht in naher zukunft soll ja auch wie gesagt macht gemacht werden weil wir müssen ja sonnenblumen anbauen und dies und das und deswegen auch mal aktuell noch ein bisschen geld um eventuell dann noch zu schauen dass wir die trigger dann noch hinkriegen und wenn das dann alles klappt dann machen wir wieder feldarbeit mit bga feldarbeit ich habe irgendwie angst dass das nicht alles drauf geht man braucht doch bestimmt auch silage ne eigentlich nicht scheide ich mache ich mache ihn kürzer mal einen kurzen das problem ist halt dass du bist fast voll fahr mal bitte ein kleines stück hier vor aber langsam 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 bis ich sag stop ein stück noch und weh, du schmeißt den scheiß um haben wir noch nicht gefahren? fang ich auf gut hab ich warte oh, feld schon wieder daneben ja, da lade ich auf oh, das ding ist voll, alter Achtung, buddy! oooohh soll, steppern weh, du verlierst deinen hehehe na, ist er weg eieieiei Achtung hat ihn ja die Aussie sind haben das links etwas Prozent überbreitet die BIP also sie ist ja bei der Bewerber dieses komische schnitzelgerät da machen wo wir die ganzen Scheiße aufsammeln können ja auch Hinten hat sich gehofft die BIP weißt du das meine nach dem anderen wir haben uns eingeschmissen jetzt fahren wir auch vernünftig mal Straßen dafür sind Straßen da Straßen da um die dreckig zu machen achso ok so jetzt gibt es ja noch so schöne Schusssachen oh oh was warst du da kann ich anheben oder was es geht sogar warte und ich hebe ab akrobatik ich bin wieder leer ich schicke mal gleich mein Zug weg wie hat es gegeben wieviel Geld ich habe jetzt nicht drauf geachtet auch Buddy jetzt sind mir einer runtergefallen naja warte mal warte bleib stehen äh 38.000 es gibt es gegeben weil ich jetzt weiß was du hast ich wollte das Ding hier hochheben aber das schaffst du nicht tschüss zu wir sehen uns oh my 빨리 kurz Du hast mich abgehangen. Ja, ich weiß. Also willst du den großen nehmen? Weg damit. Ja, und was bringt das jetzt? Wie habe ich denn diese Schnellung? Oh, wie jetzt? Also, Stefan. Oh. Ja. Ja. Oh. Oh. Was macht der da? Ich hebe ab. Hier, nimm mit. Warte! Oho! 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 Ich hab ihn! Ich hab ihn! Tja, buddy. Okay. Du musst jetzt produktiv rein. Wie viel brauchen wir eigentlich für den Drescher? 380.000 oder so, oder? Oder? Hängt fest! Mal mal Platz da! Aber wir können ja eigentlich ein Ding verkaufen, den... Der Biest, oder? Brauchen wir den nicht mehr? Ne, aktuell brauchen wir den nicht mehr. Weil, äh... Hackschnitz haben wir festgestellt, geben weniger Geld wie Bäume. Warte! Ja, bitte! Wo bist du? In dem... Leil! Der Golf, ich geh ab! Passt das? Weile, ich bin wieder bei der Profi, Alter! Ja, Mann! Aber das bezweifle ich noch! Warte! Jetzt aufladen! Also haben wir doch eine Möglichkeit, die abzuschleppen! Nein! 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 Das wird teuer, das wird teuer! Max, das kannst du eigentlich! Mach das selber! Nee! Geh auf, Buddy! Ja, ist Verschwörung! Oh! Hab ich richtig gemacht! Tog, hast du gesehen? Boah! War richtig aufgeladen! Geh dir nur zur Hand, Buddy! Nichts schlägt! Oder? Ja! Also das liegt auf dem Fall schon mal gut drin! Du stehst einfach noch! Oder nutzt dich schnell den nächsten! Äh! Jetzt hör mal aufzuhacken! Ich mach keinen Stress, Alter! Bleib mal ganz geschmeidig! Junge! So! Und anvisieren! Was? Nein! Warum lachst du? Wenn du beide zählen brauchst, machst du vielleicht? Nee, nee, das hat keinen Drops! Können wir probieren, aber ich glaube nicht! Haben wir eigentlich noch dieses komische Stumpfsägegerät! Ach, das stand ja, glaube ich, hier unten, irgendwo! Ja! Irgendwo! Könntest du ja in der Zeit machen, Stefan, wo du eh das Auto hier stehen hast! Ich muss hier kontrollieren, was Max macht! Müsst du gar nicht! Ich bin... Ich bin... RAC... Äh... ADAC... Ich bin... NAH! NAH! W- NAH! Was denn? Wir sind Bomben dagegen gekommen! Ich glaube, der Kran ist so schwach! NAH! NAH! Stefan, gib mal bitte kurz Windgas! Was? NAH! Hau mal da ab! OH LEI! Scheiße! Kommen wir jetzt zurück? Ich dachte, dass dieser Baum da oben mal da reinrutscht! Weiter, weiter, weiter! Was ist dieser Baum da? Oh, warte! Oh, nein! Na ja, liegt doch! Ja, war die Millimeter-Arbeit! Ja, gut! Kommen wir ein Stück zurück! Wir kommen da nicht mehr hin! Kommen wir ein Stück, rungen, rungen, rungen! Ja, ok, rutsch allein rein! Fahr nochmal vor und nochmal ein wenig zurück! Ok, passt! Sehr schön! Sehr gut! Ey, das schaut richtig gut aus diesmal! Boah! Mal schauen, was es die Fuge diesmal gibt. Ne, aber komm ich mal den Biest. Was ist denn der? P. Da... Ne, warte, wenn ich den Weg fahre, dann bring ich da mehr. Scheiße, ich brauch einen LKW. Hör mal! Aufsteigen! Ja, ihr müsst eh noch mal vorfahren. Ihr müsst euch mal so schnell, dass ich den Baum da reinkriege. Und okay, noch rumgezogen. Oh, ein Teil ist noch ein. Ne, Stefan, fahre mal weiter vor. Wo bist du denn? Ne? Was magst du jetzt machen können? Ja, ne, ich bin grad... Rein! Geh mal... Geh mal so, dass der Baum da reinläuft und nicht. Ne, ne, ne... Das ist ja auch, dass der Baum da reinläuft und nicht. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne Nein. Jetzt oder soll ich noch ein bisschen... Oh, nein. Mir ist eine Runde gefallen. Gut, aber ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann Däumchen nach oben und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.